Soll ich es in den Kinderwagen schieben oder das Geschirr abspülen? Darf eine Frau mehr als ich verdienen? Soll ich keine eigenen Händen büden? Es ist einfach ein hervorragender Tag, um sich mit Wehmut an die frühere Welt zu erinnern. Ohne eine ordentliche Beziehung fühle ich mich wie ein Bild, das nicht komplett ausgemalt wurde. Befremdlich, dass wir lernen, mit dem nötigen Einsatz und einer guten Performance alles erreichen zu können, außer so einer Liebe. Warum machen wir das überhaupt noch mit? Warum verkehren wir mit Personen, die wir weder verstehen noch leiden können? Es gab keinen Sex mehr, also keinen heterosexuellen. Nur ein tiefer Frieden war da eingetreten. Ein farbenfroher, gleichsam lebensbejahender Garten.